Hallo, Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragonland. Ich habe ein bisschen offline gespielt. Hier ist 41 Juwelen, 12.700 Gold und mein Drache Flora ist auf jeden Fall schon Level 10. Denn dieses ist eine Level hier. Das hier, glaube ich. Was ist das? Ich habe es mir aufgeschrieben, wartet. 3.1, genau. Aber bringt 700 Erfahrungen für Flora und 626 Gold, was einfach super viel ist. Und damit kann ich auf jeden Fall Blaze verbessern. Ich habe damit auch paar Level machen wollen, aber es gibt keine guten Level für Blaze, um richtige Erfahrungen zu farmen. Deswegen werde ich das hier über Gold aufstocken. Zack, und da sind wir bei Level 10, wunderbar. Und damit können wir das nächste Level beginnen. Achso, ich brauche das sogar nur 70. Das ist doch eine Kacke. Obwohl ich. Ja, Tatsache. Nun gut. Level 3, 3, Blitzbomber. Schwierigkeit schwer. Ein Witz, zwei Armitisten und einen Schlüssel. Es ist ein Gleitfluglevel. Das heißt, ich brauche zwingend diesen Drachen. Können wir gleich hier schon anfangen. Und ein bisschen, na, können wir einmal wieder ein bisschen nachlassen, damit wir die Energie, oben links nämlich benötigt Energie, das Fliegen. Und jetzt, wo geht es? Puh. Jo, ruckelt das. 30, nein, ich dürfte es nicht ruckeln. 13 Leben haben mittlerweile die Gegner. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. So, hier muss ich warten, bis sie fertig sind. So. Klapp. Klapp. Oh Gott. und hier noch einmal und hier unten sieht sehr verdächtig aus oder auch nicht hätte man wohl vorbeikommen können ein waffenbooster nice damit haben wir den ersten am besten ich kann die quasi von hinten wahrscheinlich mit dem mit dem gleitflug angreifen das gibt es bei münchen nehme ich mit ein gesundheitsrat der nicht notwendig ist aber ich möchte meiner juwelen und schlüssel und so weiter haben ich habe keine lust einer will noch mal neu zu machen das ist immer voll nervig die nächste fast übersehen fast übersehen das zeug ja sieht man natürlich auch nicht wenn man nicht unbedingt auf diesen felsen rauf springt so da haben wir einen erstmal eine plattform die kaputt geht wenn ich rauf springe kurz noch kratzen und damit haben wir glaube ich alles außer dem schlüssel okay dann gibt es wahrscheinlich hier da war ich jetzt so langsam vom intervall her hätte ich anfangen machen müssen und das dann habe ich der schlüssel ansonsten wunderbar hätte ich mal machen müssen wunderbar easy going ja ich würde eigentlich ganz gerne entwickeln um halt erfahrung für sie zu sammeln aber natürlich doof dass ich jetzt so viel erfahrung bekomme also null weil ich ja keiner mehr bekommen kann aber 34 gene angekält also wäre schon ziemlich viel gewesen wenn ich die erfahrung bekommen hätte jetzt auch er 75 gesundheitspunkte das heißt ich muss ihn aufrüsten das ist natürlich absolute kacke ist das ich weiß nicht drei wirklich glaube ich nicht aber sie zu entwickeln könnte ich ja goldform danach machen 75 erfahrungen 75 lebenspunkte na gut dann muss ich das leider so machen ein jubel zwei amethisten einschlüssel nehme ich mit kostet mich viel gold aber ich werde flora am bald entwickeln und wow aber er kann okay er kann auf der gleichen ebene schießen krabbel okay guck mal hier noch einen trank eine rolle 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 darum geht es auch noch weiter wenn man gucken muss hier lang geht ein kristall und hier ist ende ein kristall ich komme uns erst mal ein ok ich sehe nichts hinter der mauer und da habe ich die schüssel Da oben wird bestimmt noch was sein, oder? Ah, okay, geht's nicht hoch. Hätte ich mir durchaus vorgestellt, dass da noch was gewesen wäre. Einen Diamantchen und ein Dings brauchen wir noch. Ein Schild aktiviert. Okay, das ist immer nur einmalig. Weil wir denken, dass wir für eine bestimmte Zeit unbesiegbar sind, aber nein, sind wir nicht. Schießt mir das komische 4 ab. Boah, 39 Damage kassiert, Alter, holy moly. Das war schon so 3 Uhr hier, nein. Leben? Ach, selber. Super, super, super. Ich brauch immer noch irgendwas, oder? Einen davon brauch ich noch. Das kam ein bisschen schnell, wa? Schleichen wir uns mal vorbei. Wie bewegt sich denn meine Rache? War ja klar. Egal, hab's trotzdem bekommen, meine Rache bewegt sich aber nicht mehr. Der hat keine Lust mehr. Ich hab aber eigentlich alles mal. Na gut, wie eindeutig war. Warten wir erstmal. Und dann noch welche. Deine Mitte kommt es dann wahrscheinlich. Wir haben nur noch 36 Leben und ich glaube, der stirbt beim nächsten Attack. Oh, da drüben ist es. Ein paar Münzen noch, nehme ich mit. Und damit haben wir alles. Ja. Ja. Der nächste Level. Perfekt abgeschlossen. Außer, dass man Drache die ganze Zeit rumpackt und sich nicht mehr bewegt. Aber er kriegt leider auch keine Erfahrung mehr, weil wir alle Level Maximum haben müssen. Und das nächste, wahrscheinlich der nächste, wa? Ne, doch nicht. Ich könnte die quasi aufleveln. Was brauche ich denn hier für? Wenn, dann würde ich sie entwickeln. Damit wir Gold bekommen, damit wir... Das ist ja auch doof. Du, 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 du. Na, wir gehen erstmal hier rein. Bonus Level nicht nach unten blicken. Was sagt man hier? Fiese Gipfel. Blitzbomber. Nein, du wirst mir hier nicht nach unten blicken. Drei Schlüssel, äh, zwei Schlüssel brauchten wir. Wir haben drei. 85 Gensatzmute empfohlen. Ach, leck mich doch. Ach so, ich kann das trotzdem machen. Ah. Hätte ich natürlich auch mal gucken können, ne? Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich trottel. War das wirklich immer so gewesen? Ja. Ist ja Wahnsinn. Hallo. Oh. Oh. Okay. Man wird dazu gar nicht gezwungen. Ist ja interessant. Das habe ich so nicht gesehen. Papierpflanze. Huch. Wo läufst du hin? Na unten. Okay. Und die Münze kriege ich auf jeden Fall noch. Krabbel, krabbel, krabbel. Und blazer. Und blazer. Und blazer genauso für den. Das ist nicht so richtig, äh, sehr, sehr uncool. Okay. Ich brauche wieder ihn. Ich brauche ziemlich viel Rocky gerade. Was hat eigentlich der hoch? Ich glaube da auch sagen was. da muss ja auch noch runter später allerdings habe ich ja da haben wir erstmal den fetten kristall aber ich weiß nicht wo es hier lang geht ehrlich gesagt ich bin hier runter jumpen ich muss das andere war ich zu faul die kommen gleich schon alle ja man sieht halt nix ne gar nix eine sehr sehr schlechte und schilder ist eine sehr sehr schlechte den ganzen kamera führung ok jetzt war wieder hier ziemlich viel angreifen haben wir hier wir werden viele gucken müssen zwischen riesiges leben hier so viel gibt drei du wären zwei und zwei schlüssel aber natürlich alles abchecken logisch was man hätte machen können auch bei dem anderen ok mir geht es nicht weiter ok anscheinend geht es ja auch nicht weiter woher so ein bisschen weiter wo alle verbrennen das ist ein kleiner teleporter leider mein schild verloren ärgerlich das ist sehr ärgerlich ok wo ich mein krabbe da habe ich ein gewehr gesehen hallochen das haben wir noch offen 2 uhr während ein schlüssel naja denke ich dass da unten lang gehen wird man sieht aber halt auch nix ok da haben wir ein geschenk noch ein schlüssel dann fehlt jetzt aber nur noch zwei juwele fähren die hätte ich schon ganz gerne weil ich immer durch meine drachen entwickeln kann ein langes level ok ich sehe nix scheiß kameraführung ich trau dem spiel einfach mal krabbel 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 aber weil ich glaube ich kann nicht krabbeln brauche und ich habe ja schon ganz viele für mich die 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 Und das ist ein echt langes Level. Ist aber keine Notwendigkeit für die 75 Leben, die hier gefordert werden. Hätte ich mir das Ganze... Wow, ich darf ihn ernsthaft zwei Juwelen. Krasser Scheiß, ey. Also eins ist ja okay, würde ich ja noch verstehen, aber zwei? Wow, bin ich kacke. Na gut, machen wir irgendwann anders nochmal. Ah, wir haben es geschafft. Ich werde die, glaube ich, jetzt alle entwickeln, oder? Aber das kriegen wir keine Erfahrung. Das ist auch Verschwendung. Richtig Verschwendung ist das. Ah, entwickeln. Ich würde 30 raushauen. Und würde bis zum Ende auf jeden Fall aber noch eine ganze Menge Juwelen kriegen. Also 40 brauche ich ja für das nächste. Für das nächste Kapitel. Brauche ich 40 und 10.000 Gold. Schwierig, ne? Kann ich wirklich passieren. Who cares? Who cares? Er hat sogar Erfahrung gesammelt, interessanterweise. Ja, auch schon. Ich kann ja wieder 5-Level-Farm durch Flora. Okay, Leute. Kurz in der Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.